Guten Abend miteinander. Damit rund 1 Mio. von Ihnen jeden Tag Ihre Einkäufe bei Coop tätigen können, braucht es den motivierten Einsatz von nicht weniger als 42'000 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die als Verkäuferinnen in den verschiedenen Regionen, als Kassiererin oder als Filialleiter oder Zentrenleiterin vor und hinter den Kulissen für ein ansprechendes und immer verfügbares Warenangebot sorgen. Mit einer fortschrittlichen Personalpolitik und einem gut ausgebauten System für Aus- und Weiterbildung ist Coop aber auch ein interessanter Arbeitgeber mit vielen Möglichkeiten. Dank modernen Einsatzplänen und der Mitarbeit von Teilzeitangestellten und Aushilfen gibt es bei der Arbeitszeit flexible Regelungen. Und auch die Ferien werden in der Regel mit 5 Wochen und ab 50 6 Wochen grosszügiger gehandhabt als gesetzlich vorgeschrieben. In den Gesamtarbeitsverträgen der Coop-Gruppen ist der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit verankert. Die Leistungen der Pensionskassen gehen für die meisten Versicherten deutlich über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Und alle haben einen Mitarbeiter- oder genauer gesagt Mitarbeiterinnenrabatt von 10% auf allen Non-Food-Artikel. Coop steht nämlich zur Gleichberechtigung. 60% von den 42'000 Angestellten sind Frauen. Mehr als die Hälfte von den 1250 Coop-Läden werden von Frauen geführt und zahlreiche Frauen haben verantwortungsvolle Positionen in den verschiedenen Coop-Unternehmen. Der systematische Aus- und Weiterbildung misst Coop seit jeher grosse Bedeutung bei. Die eigenen Bildungszentren in Muttens bei Basel und in Joni im Kanton Watt gehören zu den ältesten firmeninternen Ausbildungsstädten der Schweiz. Zurzeit machen bei Coop fast 1300 junge Frauen und Männer eine Lehre im Verkauf. Neben der Ausbildung am Arbeitsplatz begleitet Coop seine Lehrtöchter und Lehrlinge während der ganzen Zeit mit betriebsinternen Kursen. Und mit Intensiv-Trainings werden sie optimal auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Es lohnt sich aber auch nach dem Lehrabschluss bei Coop zu bleiben. Abwechslungsreiche Arbeitsplätze in anderen Sprachregionen oder ein langfristiges Förderungsprogramm und Aufstiegsmöglichkeiten bis zum Verkaufsleiter stehen allen Interessierten offen. Weitere Auskunft kommen Sie in jedem Coop-Laden über. Oder bei Coop Schweiz. Personalabteilung, Postfach in 4002 Basel. Geht es Ihnen nicht manchmal auch so, dass Sie wenig Zeit haben für die Zubereitung von aufwendigen Rezepten? Ich empfehle Ihnen darum Piatti Pronti. Die neuen Piatti Pronti von Coop werden aus 100% Flügelfleisch hergestellt. Sie sind fein gewürzt, paniert und schon vorgebachet. Nur noch mit ganz wenig Öl auf jeder Seite kurz erhitzen und schon sind Sie parat. Als Cordon Bleu, als Schnitzel oder als Nugget. Piatti wie? Piatti Pronti aus 100% Flügelfleisch. Haben Sie die Bilder auch lustig gemacht auf Piatti Pronti? Dann denken Sie doch bei Ihrem nächsten Besuch bei Coop an die feinen Fertiggerichte aus Flügelfleisch. Schöne Haut will täglich pflegt sein. Ich selber benutze darum die besonders milden Produkte von Nivea Visage für die tägliche Reinigung und Pflege. Es ist eine gute Idee, das Nivea Visage. Vielleicht nehmen Sie es von heute an auch für Ihre tägliche Gesichtspflege. Und wenn Sie mal zu uns in Coopladen kommen, dann finden Sie dort die folgenden interessanten Aktionsangebote. Alle Galateigwaren im 500g-Paket sind bei Coop 30 Grappen günstiger. Zwei Tauben Tommi-Mayonnaise kosten nur 3,80. Und ein 450g Körbli Eppbeere aus Spanien gibt es für nur 2,50. Ausserdem offeriert in der Coop zwei Codacolor Gold 100 für nur 9,50. Die Coop ist seit langem im Umweltschutz verpflichtet und bei der Entwicklung von neuen Produkten und Verpackungen stehen ökologische Anliegen mit im Vordergrund. Auch bei der Coop Birchermüsel, die jetzt im Beutel angeboten werden, ist das der Fall. Die Ökobilanz zeigt deutlich, dass die Belastung von Luft und Wasser und Menge von Energie und Abfall im Vergleich zu den früheren Schachteln rund viermal geringer ist. Das Coop Birchermüsel ist also dank der praktischen und ökologisch sinnvollen Beutel noch viel gesünder geworden. Ich bin mit diesem Beitrag am Schluss für heute. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend.